Musik Das Spiel ist Fußball. Es gibt nichts Wichtigeres im Fußball, als zu wissen, wie man den freien Raum findet. Sozusagen Augen im Hinterkopf zu haben. Xavi hat früher in jedem Spiel mehr als 800 Mal über seine Schulter geblickt. So eine Hingabe zum Positionsspiel macht den Unterschied zwischen einem großen und einem Weltklassespieler. Mit dieser Übung kann man diese Fähigkeit meistern, mit der Hilfe des Mitspielers. Genau wie im Fußball. Musik 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 Musik